Musik Männer, wir reiten weiter. Aufsitzen! Musik Wir wollen nicht weiter reiten. Wir sind müde. Wer hat das gesagt? Musik Du bist also müde, John. Okay, John. Ab ins Bett. Alle anderen aufsitzen. Mann, ey. Wie sagt man? Gute Nacht, John. Absitzen. Wir bleiben heute Nacht hier. Bei Sonnenaufgang reiten wir weiter zu Puder Rosarad. Sch, 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 sch. Und da licht in meiner Hütte. Aber Boss, das ist John. Du hast ihn noch ins Bett geschickt. Ach ja. Ist es nicht schön, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass jemand auf dich wartet? Es duft in der frischem Kaffee, krossgebackenen Speck und irgendwo in der Ferne singt der Wolf sein einsames Lied. Was für ein Arschloch. John hat aus meinem Becherchen getrunken. John hat in meinem Bettchen geschlafen. John hat sich meinen Kugelschreiber in den Popo gesteckt. Ja, das ist John. Sch, sch, sch.